Seht, seht! Acht Kämpfe und unsere Jungfrau lebt immer noch. Das mag sich schon bald ändern, denn ein Wesen wartet, das noch niemals besiegt wurde. Schau, Remengbella, und sie! Zu uns gekommen aus den Untiefen von Araimanius, die Asselkönigin! Niam! Hier geblieben! Verdammt! Oh, das sind Giftflüsse! Was ist denn der Schall? Was macht die am Ende da? Da kommt bestimmt die Mega-Monster-Assel raus. Und wir müssen bestimmt diese Eingänge zumachen, sonst kommen da immer neue Asseln. Oh, wie ich das hasse. Okay, wir probieren's. Niam ist vielleicht keine Ahnung. So, große Hilfe. Boah, das ist ätzend ausgerechnet Niam, ne? Sie spricht zu mir. Bitte, Mädchen! Niam! Äh... Scheiße. Äh... 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 Ähm... Ähm... Scheiße. Ach, du Scheiße. Äh... Das ist ein Asselkönigin, du... Ähm... Komme ich jetzt... Äh... Wer ist der Nächste? Ja, der hat ein bisschen mehr Leben. Äh... Und es werden halt immer mehr Asseln und wir kommen nicht an dieses Scheiß-Teil zum Zumachen. Scheiße. Ich greife hier schon mal ein bisschen an. Äh... 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 Fuckin' unbelievable. Die greifen jetzt bestimmt unsere Gute hier unten an. Och, wie ätzend, ey. Hm. Ich hab schon wieder keinen Bock mehr auf dieses blöde Spiel. Vor allem liegen da jetzt zwei Tote. Hier ist die dritte unten irgendwo. Und wir... sterben vermutlich auch gleich. Hier, guck mal, die explodieren gleich schon wieder. Aber man macht so ein Damage und du kommst ja auch nicht davon, weil die sind ja so sau schnell. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll dagegen. Und wir müssen ja eigentlich dieses bescheuerte... Kriege ich da denn wenigstens ein? Nein! Null Prozent! Guck doch hin, bevor du was machst. Ja, er kann eh keine Aktion mehr ausführen. Tot. 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 Jo, die ist im Mund gegen Einfrieren. Ah, Feuer. Mag's aber nicht so. Ich hasse es. Komm, wir versuchen das nochmal. Seht! Da scha... Die... 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 Scheiße. Wie machen wir denn das jetzt? Pass auf. Wir gehen jetzt alle in eine Richtung. Die... 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 laufen, dann fangen die an zu explodieren. Sie spricht zu mir. Bitte, Mädchen! Niam! Ich fahre mich auf, wir warten müssen, bis wir das erste zumachen, ob das irgendwie Auswirkungen hat. Oh, und die gehen halt alle auch auf Aurelia. Und das ist ätzend. Wenn die der explodierenden ... was soll ich denn machen? Verdammig, ey. Oh, das da unten war's dann wohl gleich. Ja! Jaaah! 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 Fünf Leben hat sie noch. Bin ich blöd? Oh, scheiße! Mach ich da ein... Feuerball auf Aurelia, ey! Mich... Irgendwie... Ja... Scheiße! Ja, jetzt ist natürlich... Sowieso zu spät. Jaaah! 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 Jaaah!